Peace Leute und willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist jetzt einfach nur ein kleiner Zusammenschnitt von dem ganzen Gameplay von gestern, was für Spiele wir alle zusammen mit euch gespielt haben, also mit einigen von euch. Und am Anfang waren wir mehr und danach wurden wir irgendwie immer weniger Leute. Die einigen haben dann auch wahrscheinlich Fußball geguckt, wo Portugal leider verloren hat gegen Deutschland. 4-0, okay, wir haben schlecht gespielt, GG, also auf jeden Fall GG an alle, die für Deutschland waren. Und naja, es ist jetzt nicht so groß geworden. Ich habe also alles richtig fein geschnitten, richtig ganz klein geschnitten, weil das Gameplay eigentlich so fast zwei Stunden ging. Und jetzt habe ich einfach so ein 13-Minuten-Video oder so draus geschnitten. Auf jeden Fall, wer auch, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mit euch zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn das noch mehrere Male passieren würde. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich jetzt immer, also für alle die, die mich in Skype haben, können dann immer gucken. Für die, die mich noch nicht haben, können mich einfach in Skype adden. Ich nehme alle an. Ist ja öffentliches Profil. Und einfach mal immer in meinen Skype-Status gucken. Status? Ja, Status gucken. Dann werde ich da immer reinschreiben, was ich gerade mache. Oder falls ich gerade Zeit habe, irgendwie zum Zocken oder so. Dann komme ich einfach irgendwie auf den TS und dann jointe ich mir einfach nach. Dann packe ich da die IP rein oder irgendwie sowas. Oder eine Skype-Konfig. Von mir aus scheißegal. Hat auf jeden Fall richtig gebockt gestern. Und ich hoffe, ihr hattet auch Bock. Und für die, die nicht da waren, hier ist jetzt das Video. Also die meisten, also alle, die jetzt im Video vorkommen und die auch im YouTube-Channel sind, haben, habe ich einfach mal so spontan reingepackt unten links, äh links, die ganzen Links unten in der Beschreibung rein. Also guckt bei denen vorbei. Das sind alles richtig coole Leute. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Also dann, peace out und viel Spaß beim Video. Und jetzt verpisst ihr euch und guckt endlich. Wer ist jetzt alles im Spiel? Ich bin im Spiel. Schreibt mal alle, schreibt mal alle Punkte. So, ich war der Erste. Nein, ich hab ein Band gesehen. Über dir ist einer. Über mir? Ja. Ich hoffe, ihr tötet mich nicht. Lenny ist über dir. Lenny ist ein Abonnent von Dings. Von Gaming Masi. Also. Will ich jetzt? Ja, ich weiß das nicht. Ich hab das mit dir geschrieben. Achso. Du vergisst das einfach. Äh, warum kloppt ihr euch? So, das kann. Ich hab's. Achso. YOLO. Wer braucht dein Schwert? Alter, wie... So geil ist das denn? Ich brauch mal eins. Ich hab hier Schwerter. Was macht denn der? Der ist AFK. Ich könnte ihn jetzt tilten, aber ich will. Ich möchte unbedingt, aber ich muss nicht. Du könntest ihn einfach locker runterschubsen und da wär das Nüsschen weg. Boah, Alter ey. Meine Internetverbindung fühlt sich gerade an, als wär's eine Bratwurst. Jetzt mal ernsthaft. Ich bin weit Butter los. Ja, okay, ich komm jetzt auch wieder zu Butternuss. Wieder einfach nach... Ja, Butternuss ist AFK. Jetzt kommt's. Und tot. Jetzt kommt's. Ja, allein ist ein R mich so ausgerittet, weil er ist immer so um mich umgelaufen. Ich bin einfach... Ein Christ. Jetzt schreiben... Das ist das erste Mal, dass ich bei das MC R gewinne. Hier hast du deine Beine. Ey, was ist das denn? Der ist kleiner, der schmeißt die ganzen Items weg. Ja, läuft bei euch, würde ich mal sagen. Habt ihr einen random Typ im Team, oder wie? Ja, das ist so ein Buster, der schmeißt unsere ganzen Sachen weg. Alter. Was war das denn? Das hat sich angeht wie so ein komischer Rasenmäher. Rasenmäher. Oh, drei Gold. Nein, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich hab... Was hast du gemacht? Mein ganzer Inventar ist voll mit Helm. Das passiert mir so oft. Und das kann ich... Macht ihr überhaupt etwas Sinnvolles? Nein, der schmeißt unsere ganzen Items weg und unsere Kiste hat er schon tausendmal kaputt gemacht. Wer baut denn sich da hoch? Einer. Ein Pfeil. Oh nein, da ist einer. Ja, weißt du, wenn ich da ganze Zeit oben hänge, das ist einfach so unständlich. Hallo. Ich spring freiwillig. Hallo. Mit diesen I like er macht das echt keinen Spaß. Ich weiß nicht, wer wer ist von hier. Ich schieße einfach auf alle. Der Typ, der mit den Typen... Nein, ich bin doch von euch hier. Hier der Typ mit den Zeichentricks skinnen, den kannst du ganz viel töten. Nicht, 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 nicht. Ich bin kurzsichtig. Was soll ich für ihn erkennen? Ich habe keine Optifine. Die machen für mich. Verliert man hier eigentlich Leben? Ja. Geht auch immer hier runter springt, also Fall Damage. Ja, dann kommt es. Punkt. Nein, das läuft. Unser Block wird zerstört. Was macht ihr da? Ich glaube, der ist schon weg, oder? Ich habe eh keine. Jetzt ist er zerstört. Oh, das war so schön. Kann ich dich abschießen? Nein. Meinst du nichts? Und man bekommt doch, weil der Majabi verabschiedet hat. Oh, war das knapp. Haben wir gewonnen? Nein, ich bin tot. GG. Ich wusste gar nicht, wo du warst, Alter. Oh, Mann. Ich hatte gar keine Chance. Ich habe ein Leben. Du hast zwei Punkte erhalten, ja. Die Villager-Arts, sie haben Hex. Ich kann sie nicht abschießen. Oh, nein. 62. Oh, für mich? Ich habe gerade mal drei Gehobenen. Ja, bitte push mich. Ich habe keine. Oh, schnell. Alle ganz schnell Skype. Can you have a Media Play X? Gehört. Das ist nicht ein... Oh, ich bin so gut. Stopp. Stopp. Ich weiß nicht, wo das Essen geht. Guck mal, wo die ganzen Pfeile da einfach regnen. So. Guck mal. Weil ich kann das machen will, kannst du dich ausstarten. Ja. Ich kann dir das hier anbieten. Das. Wie wir einfach hier mitten in den Schlachtfeld das machen, ne? Ja, wo die ganzen Pfeile einfach regnen. Ist so. Ich gehe jetzt zu die. Boah, bist du behinder? Du bist wirklich der Schlau. Ich habe aber nur gelesen, Alter. Ich habe das Fall vergessen. Ich habe es... Ich bin auch gerade beschleun. Ich habe jetzt keinen Schutzbucker hier gebaut. Alter. What the fuck? Wo ist der Rippe? Ich habe einfach gerade ein Dings gekauft und dann war ich tot. Richtig geil, Alter. Ich freue mich schon auf Schneiden. Wir scheiß. Du schreibst immer noch auf. Ja. Abonniert mich nicht. Das ist mein Scheißer. Danke, Herzchen. Yeah. Guck mal, live. Live in der Aufnahme. Einfach Kommentare kommentieren. Kommentar, kommentieren, schau. Bisschen Holz drauf hier. Ja. Bist du Tor? Hilfe. Hilfe. Warte, ich bin schon nicht dran. Keine Sorge. Das sagen immer alle und dann bin ich tot. Nein, ich glaube, wir sind anders. Keine Sorge. Hier wurden ein paar Blöcke. Da können wir gefügt. Alter, hier sind richtig viele Leute neben mir. Ich wurde rausgefunden. Da hat mich nicht gesehen. Der war genau neben mir und ich bin voll weggelaufen. Jetzt bekomme ich ein bisschen Trouble. Und mein Fynn? Au, au, au. Oh, er hat mich nicht gesehen. Wie dumm. Äh, alter. Ich bin ein Beacon-Block. Oh, leuchtet ihr. Hab, 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 hab. Oh, so viele Leute rennen einfach hier rum. Hör weg hier. Oh, bist du gestorben? Wim was? Ja. Ja, ja. Also, ich bin nicht. Ja. Ihr findet mich. Dann hätte ich die verschwunden. Nee, ich verschwunde Miki. Weil er auch 7.000 geknackt hat. Ich verrore dir. Guck mal, ich guck dich, die Leute. Ich hab die 15 Abonnenten geknackt. Miki, Miki, zwinker, zwinker. Jetzt krieg ich den Bursch. Das, das, das hört sich voll dumm an. Ich hab 15 Abonnenten geknackt. Ja, ich hab die 30 Abonnenten auf meinem Kanal und auf der anderen hab ich 52. Ich hab auch... Hier sind voll viele Leute gerade, ne? Die laufen all an mir vorbei und sehen mich einfach nicht. Wie beschwert ist das? Die laufen... Hier sind bestimmt schon 4 oder 5 Leute. Ich hab' dann einfach die ganze Zeit hier. Jetzt kommt noch einer, oder? Nein. Nein, aber ich sehe dich. Hä? Also ich sehe deinen Namen, du bist genau neben mir. Alter, der eine spielt mit meinem Leben. Der hat einfach... Neben mir war ganz... Niki... Neben mir war ganz ein Haider. Der wurde gest... Tötet. Der Haider ist einfach tot neben... Hi. Neben mir war ein Haider, der wurde getötet. Ich hab den Ha... Ähm, ich hab den Haider so... So... Niki... Alter, irgendeiner war hier wieder bei mir. Hier waren gerade 3 Leute. Ich... Ich wurde wieder gefunden. Jetzt war ich hier, der rumgelaufen ist, ne? Lebst du noch, Miki? Ich guck gerade einen Typ an. Bei mir... Bei mir... Ach. Warte, ich mach gleich Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das ein Bart ist, oder ein richtig fettes Lächeln. Ich muss euch fragen, wie wir das Happy Birthday geschrieben haben. Also Happy... Ja, Birthday. Fickt euch, Alter. Hört auf, das in den Chat zu schreiben. Ich will doch eine Birthday schreiben. Unterbümer, bitte. Wer ist Gaming Masi? Ich hab's geschafft. Buchstabier mal hier mal Birthday. Äh... Birthday. So wie ich gerade geschrieben habe. So wie du geschrieben hast? I wanna play the Sand Map. Ich hab jetzt hingeschrieben, Dings. Ähm... Wer ist Gaming Masi? Hat ja einer auf Englisch geschrieben, wo es so googelt. Google Ass. Vielleicht bekommst du jetzt einen Abonnenten mehr. Ja klar, der hat auf Englisch gefragt. Und? Wer ist Gaming Masi? Someone tell me, who Gaming Masi is. Happy Birthday to Gaming Masi. Ja. Pass die Drogen weg. Ich bin schon abgeschraut von jemanden. Nein. Ich hab keine Items. Das ist Arso. Leute Leute, das wollte ich immer mal sagen. Ich bin Detektor. Hey, ich bin Inno. Und hab keine Lachen. Ja, ich bin auch Inno. Kann mir einer irgendwie einen Shred geben. Hast du einen Shred? Ich hab gar nichts. Ich hab auch nichts. Ich hab jetzt nie was gefunden. Was ist das für ein Dreck? Snap. Das ist Traitor. Das ist ein bestimmter Traitor. Ja, nein doch. Das ist ein Traitor. Er will mich töten. Ich muss wegrennen. Beide. Hände dich auf. Sind die immer noch hinter mir? Hände. Hände Leute hinter dir. Oh. Fans, bitte geht weg. Ich fühle mich gerade wie Justin Bieber. Den alle einfach nur kennen wollen. Ist so. Miki, das wirst du nicht mehr schaffen. So. Links. Rechts. Runter. 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 Miki. Rechts. Richtig. Richtig. Mich links. Rechts. Rechts. Richtig. Ich sag nicht. Ich sag nicht. Rechts. Und er läuft links. Ich weiß nicht, was ihr. Mal eins. Ich bin durcheinander. Ich krieg den einfach nicht. Erläutet ja. Heißt, ich bin tot. Ich war Traitor. Ist schon immer von euch auf Schatten. Hehehe. Und du hast mich einfach die ganze Zeit beschützt. Ja, ich hab dich dann noch manchmal geschlagen. Also, weil du ja ich, der auf der Wand weiter. Habt ihr alle die IP? Ergh. Ihr kloppt euch schon alle und ich lauf einfach in der Tart. Pfff. Und tot bist du. Alter, du hast mich getötet beinahe. Ehrlich? Ja. Ich hab jetzt nicht so viele Prozente. Und wie geil denn? Ist ja ich Bandara. Aber dafür hab ich dich getötet. Ja. Was bringen die Prozente eigentlich? Also ich bin da und aber irgendwas kriegt ich noch keine. Alter, warum hab ich jetzt Dings? Da fliegt ihr mit Prozent. Du hast hier mehr, fliegst du weg. Ich hab jetzt... Also hier haben wir Rückschlüsse. Irgendwas Schlimmes ist passiert. WTF? Das war ich. Das war ich. Oha. Oha. Du bist dran. Los, Donnerblitz. Ja, ist ein Punkaboy. Wozu ist der gut? Der gibt mir richtig viele Items. Oh cool, ich hab ein Brot. Nö, ich bekomme... Ich nenn ihn Bert. Oh, hast du grad geleckt? Oder war das bei mir? Ja, ja. Ja, weil der Bund zum Gewürzen wurde. Hallo, ich hab den scoren. Herzog! Ja, Villager, Villager! Höh! Alter, ich bin grad so schlecht. Höh! Was... Was geht los da rein, Villager? Oh fuck, Alter, was passiert hier? Und das leckt auch dann noch so hart? Alter, bei mir eigentlich nicht, obwohl ich die Bambusleitung 3000 hab. Ich hab keine Bambusleitung, ich hab einfach ne Weizenleitung. Alter, mir geht einfach noch ein Leben. Ich hab einfach ne 6k Leitung. Nicht auf mich! Verschont mich! Verschont mich! Ich hab ne 1k. Laber nicht über K. Wie geht die K-Bursten? Ach, das ist nur hier. Junge, wieso werde ich in Eis eingebaut? Junge! Das weiß ich, tut mir leid. Ey, Walrus. Hey Walrus, tret' dich mal um. Lass mich aus Just-Bursten. Ich brenne. Bitte, bitte, bitte. Junge, warum fack ich irgendwie mal durch den Boden? Bitte, bitte. Alter, du bockst mich nach wie Wollt. Was? Genau so hört sich das auch an. Ich spawne hier einfach bei so'n riesen Loch, Allah. Was da los? Was ist mir auch schon mal passiert? Alle auf Scylod. Keine Ahnung. Oh, ich hab alles wieder repariert. Alle auf Scylod, da hat noch 3 Leben. Alle auf Scylod. Wir müssen ein Team machen. Ah, dich hier. Du hast ne Blume. Ich hab ne Blume. Oh oh. Ich hab dich grad verschont. Ich hätte dich töten können. Oh fuck, ne Blume. Hätt dich nicht, aber dich jetzt versuchen können. Das ist, glaub ich, Kollege. Du kannst nicht mehr. Wir fallen, ich hab keine Munition mehr. Alter, das hat man richtig laut. Wow, vor allem aus diesem Soundpack, den ich habe. Also vom Ressourcen-Pack hier. Alter, nein, da war ne Incidiv. Krieg ich geworfen. Oha, bin ich weit geflogen, ihr kleinen Schlawiner. Flieg. Ah, Hilfe. Was explodiert? Was explodiert? Ja, einfach die ganze Zeit. Und hab ich's. Oh yeah. Team, Niki, Team. Au. Fühl ich auch. Ja, so haben wir reingesucht. Und ich glaub, ich spring, ich bin fast reingesprungen. Wow. WTF? Der ist trotzdem fast explodiert. Normal. Also, Zeit hat er einfach noch mal drei Leben. Wo fliegst du denn hin, Alter? Das ist voll unfair. Weil ich voll... Ich hab nur noch einen Nehmen. Okay, warte. Ich spring einfach selber rund die Welt. GG, ey. Und ich, eller? Ich- Ich- Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......